Diesmal geht es um das Skalpen von Füßen. Wir haben ja bereits den restlichen Körper soweit fertig. Alles in ungefähr diesem Detailgrad und wir beginnen direkt mit unserer Zeichnung. Wir haben wie immer, wie auch schon im letzten, einfach eine Grundzeichnung gemacht aufgrund von Referenzen und fügen jetzt eine Kugel hinzu. Die schauen wir, dass wir einfach ein bisschen hineinziehen in unsere Zeichnung, etwas in der Breite, Länge und Höhe anpassen, sodass wir mal einen Ausgangspunkt haben. Die Remesh-Methode, die wir im letzten Tutorial verwendet haben, werden wir jetzt nur noch mit den Shortcuts aufrufen. Und das seht ihr gleich, das ist einmal Shift-R, um eine Rastergröße festzulegen. Das ist also sozusagen die Voxel-Size und danach mit einem STRG-R das anwenden. Und mit jedem STRG-R wird er wieder auf die vorher festgelegte Voxel-Size unseren Remesh neu machen. Ich werde immer, immer wieder während dem Skalpen STRG-R drücken und somit mein Mesh wieder neu berechnen, sodass es wieder ohne Stretch ist, schön ausgeglichen. Und das macht den Prozess viel, viel schneller. Ihr seht jetzt, jedes Mal, wenn links unten bei den Shortcuts, die ich angezeigt habe, STRG-R kommt, wird sich das Mesh neu aufbauen. Gewöhnt euch diese Technik unbedingt an beim Skalpen. Es beschleunigt das Ganze einfach ungemein. Wir werden jetzt weiterhin versuchen, das Ganze in eine menschliche Form zu bringen. Da müsst ihr auch ein bisschen frei handarbeiten. Achtet darauf, dass hinten bei der großen Sehne der Abstand etwas dünner wird. Das Ganze läuft dann spitz zu. Und natürlich auch den Übergang zum Bein dann, damit wir es später schön anschließen können an unser bisheriges Modell. Guckt auch Front, Seiten und Top an sich, dass ihr ordentliche Referenzen da zur Verfügung habt. Ansonsten macht einfach Fotos von euren Füßen. Beachtet aber, ihr müsst ja auch über einen größeren Abstand hinweg machen, aufgrund der Verkleinerung der Linse. Also ihr habt dann ansonsten immer diesen Effekt, dass das Ganze nicht passend ist mit den Proportionen. Wenn das Ganze einigermaßen ausgerichtet ist, könnt ihr euch schon daran machen, die grobe Form so weit vorzubereiten, dass wir 10 anbauen können. Lasst euch bei dem Prozess Zeit. Dieses Modell muss einigermaßen von den Proportionen passen, bevor wir im Detailgrad tiefer werden. Umso feiner euer Mesh, umso schwieriger sind große Änderungen. Und das merken wir natürlich auch hier. Bleibt bei dieser Detailstufe eine ganze Weile. Ihr merkt auch, dass in der Innenseite des Fußes ein höherer Abstand zum Boden ist. Den müsst ihr beachten. Dann müssen die Knöchel einigermaßen gesetzt werden. Und der Fuß vorne, also der Fußrücken, sollte nicht allzu steil abfallen. Das ist so ein relativ sanfter Übergang. Das ist ganz wichtig, dass ihr da auch euer Referenzmaterial immer wieder checkt. Ich zeige euch jetzt mal, in welchem Stadium sich das Ganze jetzt befindet, bevor ich weitermache. Achtet auch darauf, dass die Top an sich ordentlich passt, dass wir da nicht große Schnitzer drin haben. Die wird nämlich gerne vergessen. Wir haben nämlich bei dem Fuß hier oben eine große durchgeschwungene Linie. Die hat zwar noch einen Knochen an der Innenseite, aber davon abgesehen, haben wir hier immer Ovale. Und wir haben auch hier noch eine Linie, die ganz wichtig ist. Die ist nochmal abgesetzt. Und hinten natürlich die Sehne. Die ist ganz, ganz wichtig. Und hinten der Ballen. Es ist ganz, ganz interessant, wie allein diese einzelnen Elemente schon dafür sorgen, dass das Ganze wie ein Fuß aussieht. Also konzentriert euch einfach auf diese Bereiche. Wir smoothen jetzt noch unser komplettes Modell und gucken mal, dass wir unseren Fußabdruck, den man ja gut kennt, dass wir den noch ein bisschen ausarbeiten. Also da, wo der Fuß einfach aufgrund seiner Muskeln und Beschaffenheit auf dem Boden aufkommt, genau das können wir auch nachmodellieren. Das hilft uns so ein bisschen auch zu sehen, wo der Fuß nicht den Boden berührt. Jetzt maskieren wir nochmal die Stelle, wo der C, der große, ansetzen wird. Einfach mit dem Draw Mask aufmalen und danach die Maske invertieren mit STRG-I. Danach geht ihr einfach mit dem Draw Pencil hin und schaut, dass ihr das Ganze ein bisschen rauswölbt. Danach könnt ihr dann auch mit dem Grab Brush das Ganze noch ein bisschen in so eine große C-Form bringen. Einfach nach draußen ziehen und immer wieder mit STRG-R euer Mesh wieder neu berechnen, damit es nicht so gestretched wird. Euch fehlen ja einfach Polygone und ich denke, das ist so ziemlich die schnellste Art, wie man das Ganze sculpten kann. Ihr seid natürlich in eurer Wahl des Tools komplett frei. Ihr könnt das mit dem Clay Strip Brush, mit dem Clay, nur mit dem Draw, mit dem Grab, mit dem Snake Hook, ihr könnt das bauen, wie und mit was ihr eigentlich wollt. Wichtig ist nur, dass ihr nicht zu grob vorgeht. Ihr braucht nicht viel, um da ein C raus modellieren zu können. Hier mit dem Scrap Brush können wir das Ganze noch ein bisschen plätten oben am Nagel. Das Ganze ist halt auch sehr veränderlich. Auch mit dem Grab Brush wieder in die richtige Form bringen. Achtet darauf, dass ihr das Ganze von allen Seiten bewegt und betrachtet und dass ihr nicht nur an einer Stelle sehr, sehr weit seid. Ansonsten habt ihr komplette Verformungen. Das Ganze sieht jetzt auch viel schneller aus, als es in Wahrheit eigentlich modelliert wurde. Ich habe das Video ein bisschen schneller abspielen lassen, damit ich euch nicht allzu lange am Tutorial halte mit irgendwelchen Unwichtigkeiten. Ich bin eher langsam beim Modellieren, von daher macht euch keine Sorgen, wenn ihr es auch seid. Wir können jetzt den großen C einfach kopieren im Edit-Modus und ihn zu einem mittleren C umbauen, den wir einfach mit dem Grab Brush ein bisschen in die richtige Richtung ziehen. Man sieht jetzt nicht, dass ich da eigentlich ordentlich versagt habe, denn ich habe hier gar nicht beachtet, dass die andere Seite nicht ordentlich von dem Pencil mitgenommen wird, von dem Grab Brush. Von daher sah die ziemlich wild aus. Das habe ich euch erspart. Achtet darauf, dass ihr von beiden Seiten dann die Form korrigiert. Diese Fransen hinten bitte nicht smoothen, ansonsten reißt ihr unglaubliche Lücken rein in eure Ansatzstellen, also da, wo das abgeschnitten ist. Auf jeden Fall nicht smoothen. Da nehmt ihr richtig viel Material weg. Dann baut eure 410, einfach immer kleiner skalieren, immer weiter kopieren, einfach mal so grob hin, so wie sie euch gefallen. Wie die dann anschließen, ist erstmal gar nicht so wichtig. Das heißt, ihr könnt noch ein bisschen Material hinziehen, aber achtet drauf, die werden normalerweise ein bisschen zu hoch sein dann. Schaut, dass die alle unten den Boden berühren, dass die Skalierung richtig ist, dass die Zehen nicht zu klein sind, nicht zu weit auseinander. In dem Falle waren die sogar noch ein ganzes Stück zu weit auseinander. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, hier so ein paar Dellen reinzubauen, da, wo nicht das Gelenk, die Haut nach oben drückt, so dass alles umschlossen ist. Also es ist ganz wichtig, dass nicht irgendwelche Fitzel noch aushängen. Dann nochmal ein Retopo mit unserer Steuerung R, Shift R Methode. Schaut, dass ihr jetzt die Density noch ein bisschen hochsetzt, also die Feinheit von eurem Grid. Ansonsten verbindet ihr jetzt die zwei Zehen miteinander, weil er dann den Abstand als zu fein einstuft und dann wird er die einfach zusammenschmelzen. Dann smootht ihr das Ganze noch zusammen, schiebt es in die richtige Richtung. In dem Moment seid ihr auch noch komplett variabel mit dem Loadbrush, zum Beispiel noch die Zehen ein bisschen breiter zu machen, ein bisschen dicker. Speichert vielleicht auch vorher ab vor dem Vorgang, bevor ihr das Ganze mit dem Retopology wieder zu einem Mesh zusammenfügt. Falls ihr es nicht gesehen habt, ihr könnt dieses Scalpen währenddessen viel einfacher machen, wenn ihr das vorher im Objektmodus trennt. Also den C, den ihr wegkopiert habt im Editmodus, dann Separate per Selection. Dann habt ihr es im Objektmodus, dann könnt ihr weiter darauf hochscalpen und danach markiert ihr alle Zehen und verbindet die einfach dann wieder mit Steuerung J. Bei dem C müsst ihr euch noch nicht allzu viel Mühe mit dem Nagel geben. Wir werden dem ganzen Charakter, wenn wir ihn dann einmal verbunden haben mit unserer Basisauflösung, werden wir ihm ja nochmal einen kompletten Makeover geben. Da gehen wir dann in die Details, da schauen wir, dass die Proportionen nochmal passen und wenn wir den Fuß jetzt noch ein paar Mal nach links und rechts zuppeln, dann sind solche Details, wie die Fußnägel, ganz, ganz schnell wieder kaputt. Von daher brauchen wir uns da gar nicht so schrecklich viel Mühe geben. Der Detailgrad sollte auf jeden Fall nicht höher sein als der, der ihr bisher im Gesicht und an den Händen angewendet habt. Sollte ungefähr stimmig sein. Was dem Realismus ganz gut tut, ist, wenn man hier die langen Zehenknochen, wenn man die noch ein bisschen hervorhebt, übertreibt es bloß nicht da dabei, soll kein Skelett werden. Und dann betrachtet nochmal euren kompletten Fuß, ob der euch taugt. Und wir sind auch schon fast fertig. Wir smoothen das Ganze jetzt noch durch und schauen mal, wie unser Unterschenkel daran anbindet. Wenn ihr da Veränderungen macht, schaut, dass ihr beides aneinander anpasst. Also den Unterschenkel, den hatten wir ja auch unten total quick and dirty enden lassen. Der ist ja, weiß Gott, noch nicht auf dem richtigen Durchmesser. Den da einfach beides aneinander anpassen, so dass der Übergang einigermaßen gut passt. Und im nächsten Tutorial schauen wir, dass wir alle Gliedmaßen miteinander verbinden, dass wir einen fertigen Charakter haben und dann gibt es einen großen Retopo und Makeover.